In diesem Video wollen wir uns nun mal den gesamten Prozess anschauen. Das heißt, wie genau schafft man es denn nun, diese Verbindung hinzukriegen mit dem JSON-Tool und vor allen Dingen, wie sieht das Ganze nun praktisch aus? Wir klicken zuallererst mal hier oben auf Erstellen und anschließend dann auf Anzeige. Sobald wir auf Anzeige geklickt haben, müssen wir uns für eine Art von Werbeanzeige entscheiden. In unserem Fall würde ich sagen, nehmen wir doch einfach die Traffic-Werbeanzeige. Dazu klicke ich hier auf Traffic, anschließend dann scrolle ich runter und wir können ja diese Werbeanzeige hier zum Beispiel Traffic Nummer 1 nennen und dann klicken wir auf Weiter und jetzt müssen wir folgende Optimierung vornehmen, nämlich wir können das Ganze optimieren hinsichtlich einer Webseite, hinsichtlich einer App oder hinsichtlich des Messengers, das heißt der Traffic wird dann geleitet zu einer Webseite, zu einer App oder zum Messenger und in unserem Fall würde ich sagen, nehmen wir doch einfach den Messenger. Und dann scrollen wir runter, hier definieren wir wieder unsere Zielgruppe, das können wir ja gerne mal tun. Sagen wir zum Beispiel, wir wollen nicht Deutschland targetieren, sondern wir wollen Österreich targetieren, geben also hier ein Österreich, aber wollen nicht, sag ich jetzt mal, Wien targetieren, das heißt wir nehmen jetzt hier Wien raus und dann haben wir also praktisch nun folgendes gemacht, wir haben gesagt, okay, wir targetieren Österreich, aber nicht Wien. Scrollen wir runter und machen wir noch eine weitere Veränderung. Sagen wir mal, wir wollen Leute zwischen 20 bis 30 targetieren, vielleicht wollen wir wieder Skateboards verkaufen und dann sagen wir, gut, wir wollen Beilgeschlechter targetieren und das detaillierte Targeting ist dann auch, ja, wie gesagt, dahingehend optimiert, dass wir zum Beispiel Skateboards verkaufen wollen, das heißt wir geben jetzt ein zum Beispiel hier Skateboarding. Und dann sind wir auch schon damit fertig, wir sehen, unsere Zielgruppe ist eigentlich perfekt, 130.000, Reichweite 2.700 bis 7.800, Linkklicks 41 bis 117, das ist schon ganz ordentlich. Dann scrollen wir runter, hier können wir wieder unsere Platzierung bearbeiten, ich würde es jetzt einfach mal so lassen, wie es hier ist und dann darunter haben wir nochmal das Budget und den Zeitplan, hier können wir jederzeit nochmal optimieren, wohin das Ganze optimiert hin werden soll, nämlich in unserem Fall wollen wir ja praktisch vor allen Dingen Linkklicks generieren, das heißt wir lassen es einfach auf Linkklicks, sonst hätten wir aber noch die Option Impressionen oder täglich erreichte Einzelpersonen, das wie gesagt sind hier noch weitere Optionen. Dann darunter Kostenkontrolle, hier können wir jederzeit natürlich nochmal definieren, wie viel Geld wir ausgeben wollen pro Linkklick, in diesem Falle, naja, was geben wir da ungefähr aus, ich denke mal vielleicht 50, vielleicht 20 Cent bis 50 Cent ungefähr pro Link, das heißt wenn wir es optimieren hin zu 20 Cent, dann ist das vielleicht ganz sinnvoll, mal sehen, schränkt anscheinend mich ein bisschen ein, aber ich denke mal 20 Cent sollte hier doch schon ganz in Ordnung sein. So, dann passiert nochmal folgendes, jetzt haben wir hier unten nochmal das Budget festgelegt, sagen wir mal 20 Euro pro Tag, dann klicken wir auf weiter und jetzt passiert das folgende, nämlich jetzt können wir die Werbeanzeige erstellen, wir machen mal ein Beispiel, da können wir zum Beispiel sagen, sowas von wie, möchtest du unseren Newsletter abonnieren und gleichzeitig 50 Prozent Discount auf alle unsere Skateboards erhalten, dann klicke auf den Nachrichtsenden Button. Und dann haben wir hier den Titel der Werbeanzeige, vielleicht sollten wir erstmal noch vorher kurz ein Bild hinzufügen, können wir ja wieder eines der Standardbilder verwenden, sagen wir mal dieses hier, klicken auf weiter und dann sind wir damit auch schon durch. Wir sehen nun hier, das ist praktisch die Werbeanzeige, wir nehmen vielleicht mal hier oben noch eine andere Seite, nehmen wir mal wieder Bildungsfirma oder Musterfirma, ist relativ egal und so würde praktisch das Ganze hier nun aussehen und dann können wir hier jederzeit nochmal die Überschrift verändern, das hier unten ist die Überschrift und da können wir zum Beispiel schreiben, jetzt vielleicht Discount einlösen und dann können wir hier jederzeit nochmal eine Beschreibung hinzufügen, aber das müssen wir nicht machen, ich lasse es jetzt einfach mal raus und dann haben wir hier den Call to Action Button und da steht dann Nachricht senden, das hatten wir ja hier oben auch gesagt, nämlich wenn du diesen 50 Prozent Discount haben möchtest, dann klicke auf den Button oder auf den Nachricht senden Button. Das heißt, die Leute wissen, was sie tun müssen und jetzt passiert folgendes, jetzt klicken wir hier auf Benutzerdefinierte Vorlage, klicken auf Los geht's und anschließend dann hier oben auf JSON. Und sobald wir es getan haben, müssen wir zurück in ManyChat reingehen, hier gehen wir dann auf Growth Tools, anschließend dann gehen wir hier bei Growth Tools auf Widgets und dann auf New Growth Tool, das können wir ja praktisch Growth Tool Nummer 5 gleich mal nennen, aber genau, können wir hier oben schon mal eintragen, Growth Tool Nummer 5 und dann hier unten können wir jederzeit halt Facebook Ads Adjacent auswählen, da klicken wir jetzt hier drauf und sobald wir das getan haben, öffnet sich nun praktisch der Code. Das dauert jetzt hier noch ein paar Sekunden, wir können gleich mal die Nachrichten bearbeiten, indem wir hier auf Edit klicken und zum Beispiel hier steht dann folgendes, Welcome, thank you for being interested in our product, das wollen wir natürlich ändern, hier wollen wir zum Beispiel haben, Hi, danke für dein Interesse an unseren Produkten, klicke unten auf den Link um oder unten auf den Button, um einen 50% Discount Link zu erhalten. Und dann haben wir hier unten den Button, hier könnte zum Beispiel folgendes passieren, hier haben wir den Button einfach nur Sure I Do, das ändern wir auf, sagen wir mal, was können wir da am besten machen, ja, so sieht Discount einlösen vielleicht, Discount einlösen und dann müssen wir auch nochmal hier definieren, zu welcher Nachricht das weitergeht, das geht ja weiter hier zu dieser Nachricht, das können wir auch, wenn wir wollen, rausnehmen und können zum Beispiel erstmal hier eine Action zwischenschalten, dass wir sagen, okay, diese Person hier soll zum Beispiel nochmal einen bestimmten Tag bekommen, nämlich Discount erhalten vielleicht, können wir ja nehmen, Discount erhalten und dann, wenn diese Person diesen Tag bekommen hat, wird nochmal das Ganze hier so verbunden, dass sie praktisch auch nochmal diese Nachricht hier drüben bekommt und diese Nachricht kann dann zum Beispiel auch umbenannt werden in Discount einlösen Nachricht, Discount einlösen und hier können wir dann zum Beispiel Leuten Discount schicken, hier steht dann sowas wie, der Discount-Code ist 50% off, klicke unten auf den Button, um den Discount einzulösen, einzulösen, so, und dann können hier unten Leute auf den Button klicken und der Button heißt dann zum Beispiel Discount einlösen und führt zu einer Webseite und die Webseite wäre dann wieder, sagen wir mal, www.example.com slash Discount So, und jetzt wollen wir vielleicht hier nochmal Folgendes machen, hier wollen wir auch nochmal eine Action zufügen, die von diesem Button hier ausgeht und hier sagen wir, okay, wir geben auch nochmal der Person einen Tag, nämlich diese Person kriegt den Tag Discount eingelöst. So, dann sind wir damit auch schon durch und zum Beispiel das wäre jetzt hier dieser Nachrichtenflow, der anschließend entstehen würde. Wir können das Ganze hier noch ein bisschen ordnen, dass es vielleicht ein bisschen besser aussieht. So, und das heißt, diese Person, die jetzt hier über Facebook-Ads auf den Link klickt, kriegt halt diese Nachricht, klickt dann auf Discount einlösen, kriegt einen Tag, nämlich Discount erhalten und dann kriegt sie sofort eine Nachricht, die Discount einlösen Nachricht, wo dann praktisch, hier müssen wir vielleicht diesen Button vielleicht ein bisschen ändern, den sollte man vielleicht ändern auf, ja, Discount erhalten vielleicht. Discount erhalten. Oder, genau, nennen wir es aber mal Discount erhalten, ist jetzt nicht so wunderschön, der Begriff, aber vielleicht können wir es irgendwie anders, Discount, ja, Discount erhalten. Lassen wir es einfach mal dabei und diese Nachricht hier müssen wir dann auch nochmal umnennen, nämlich Discount erhalten Nachricht ist das hier und wenn also praktisch nur eine Person von Facebook kommt, dann sieht sie diese Nachricht, kann auf Discount erhalten klicken, kriegt den Tag zugeordnet, erhält dann halt diese Nachricht hier, wo drin steht, der Discount-Code ist 50% auf, klickt hier unten auf den Button, um den Discount einzulösen und dann, wenn die Person hier unten auf den Button klickt, dann kriegt sie praktisch nochmal den Tag zugeordnet, Discount eingelöst. So, dann klicken wir hier oben auf Publish, gehen zurück in unser Growth Tool und das hatten wir eigentlich unbedingt in Growth Tool 5 und dann klicken wir hier auf Setup und nehmen uns diesen ganzen Code hier, klicken hier unten auf Copy Code to Clipboard, gehen zurück in unseren Facebook Werbeanzeigen Manager, kopieren das alles hier oder löschen das erstmal hier alles raus und sobald wir alles das hier rausgelöscht haben, gehen wir zurück in ManyChat rein und nehmen uns praktisch hier diesen Code, den hatten wir eben gerade kopiert und den kopieren wir jetzt hier rein. So, STRG C, also STRG V oder wie auch immer du es gerne handhabst und jetzt können wir hier auf Visuell klicken, so wird das praktisch dann aussehen und das ist halt der Code, den wir jetzt eben gerade hier integriert haben. Sobald wir damit fertig sind, klicken wir hier auf Fertigstellen und dann hier steht Vorlagen, die du fertigstellst, werden gespeichert, OK, klicken wir auf Fertigstellen. So, jetzt sind wir damit fertig, hier steht nun eine Begrüßungsnachricht 2.8.2019, die ist also nun aktiv und die Werbeanzeige haben wir auch erstellt, so wird das Ganze hier aussehen und dann können wir hier unten auf Bestätigen klicken und sind dann mit dem gesamten Prozess fertig. So einfach geht das Ganze, es ist nicht so kompliziert, wie du es vielleicht denken magst. Einfach mal ausprobieren und wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Vielen Dank, dass du dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können.